Hi Leute, heute schauen wir uns gemeinsam ein paar Webportfolios an von Softwareentwicklern, die alle aus meiner Discord-Community sind. Die meisten davon sind tatsächlich statische Webseiten, so wie meine eigene auch. Diese habe ich übrigens direkt bei Aionis mit DeployNow gehostet und das Ganze ging super einfach, falls ihr dir auch überlegt, ein eigenes Portfolio aufzubauen. Die Links zu DeployNow und auch zu meinem Tutorial, wie ich meine persönliche Webseite zu DeployNow umgezogen habe, findest ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, labern wir nicht lange rum, sondern schauen wir uns direkt mal die erste Webseite an. Was mir als erstes positiv auffällt, dass es relativ minimalistisch ist, zumindest nachdem man die Webseite zum ersten Mal geöffnet hat. Man sieht eigentlich nur, von wem die Webseite ist und zwar Timo und das ist eine persönliche Homepage. Aber wir können jetzt mal hier nach unten scrollen und da bekommen wir auch direkt ein paar mehr Informationen. Und zwar sehen wir einfach ein bisschen About Me. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass meine Webseite, meine eigene Webseite ist gar nicht so aufgebaut, ist, dass es eigentlich so eine Monopage ist und hier oben mit diesen Reitern kann man dann einfach scrollen. Das gefällt mir in der Regel ganz gut, weil dann ist es gerade auch, wenn man mit dem Smartphone oder so bedient, da muss man nicht in verschiedenen Hierarchie-Ebenen hin und her springen. Sowas gefällt mir immer ganz gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine eigene Webseite sieht nicht so aus. Die About Me-Section ist wirklich ganz kurz gehalten. Das gefällt mir auch ganz gut. Das sind halt einfach nicht zu viele Informationen, weil jemand möchte wahrscheinlich auf die Webseite gehen, um erstmal grob zu erfahren, wer die Person ist und was sie so macht. Und hier haben wir auch direkt schon das Skillset. Das gefällt mir auch sehr gut. Erstmal mit dem Logo, wenn man rüberfährt, wenn man nicht genau weiß, was es ist, dann ist es nochmal ausgeschrieben. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Fragezeichen hier macht. Okay, das macht einfach eine Google-Suche. Hier oben sieht man auch noch, dass es einen Dark-Mode gibt. Aber irgendwie wird, glaube ich, nur diese Bar und diese About-Me-Page ein bisschen dunkel gemacht. Da kann man sich natürlich überlegen, wenn man es im Dark-Mode umschaltet, dass alles dunkel ist, so wie es jetzt gerade ist. Und wenn man es hell macht, dass halt auch dieser untere Teil vielleicht einfach ein bisschen heller wird. Aber da muss man wahrscheinlich nochmal ein bisschen extra Arbeit reinstecken. Was natürlich auch ganz gut kommt, dass er den ganzen Inhalt hier auf Englisch gemacht hat. Denn gerade wenn man als Freelancer arbeitet, dann ist es oft so, dass man auch in Teams reinkommt, wo Leute nur Englisch sprechen. Und da ist es natürlich gut, wenn man das Ganze auf Englisch hat. Das zeugt natürlich schon mal, dass man auch der englischen Sprache mächtig ist. Man kann es natürlich auch auf Deutsch machen. Meine Webseite ist auf Deutsch. Das ist wirklich absolut persönliche Präferenz. Mit Englisch kann man halt einfach dafür sorgen, dass mehr Leute verstehen, was du da auf deiner Webseite hast. Das ist natürlich jetzt das Wichtigste, dass wir hier unten noch die Projekte haben und Case Studies. Und da sieht man halt einfach, welche Projekte er umgesetzt hat. Da können wir mal eins aufmachen. Corona-Tracker. Da sieht man ganz kurz, mit welchen Technologien er das gemacht hat. Und hier kann man wahrscheinlich, ja genau, direkt auf GitHub. Das ist natürlich super. Denn dort kann man sich dann natürlich nochmal das Projekt nochmal im Einzelnen anschauen. Und wenn man irgendwelche Projekte hat, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, dass man die auch irgendwie präsentiert. Und dafür ist so eine Webseite eigentlich perfekt. Die nächste Seite ist von Markus Koch. Und was mir hier auch natürlich sehr gut gefällt, ist, dass man hier erstmal die wichtigen Informationen, einmal den Namen und was Markus Koch macht, dass man das einfach in großer Schrift zieht, weil das ist das Wichtigste. Und hier unten sieht man dann halt einfach noch ein bisschen detaillierte Informationen, aber die erschlagen einen nicht sofort. Was natürlich bei so einer Portfolioseite wichtig ist, dass man halt die ganzen Projekte aufgelistet hat und natürlich auch die Technologien auflistet, mit denen man gerne arbeitet. Das ist natürlich das Wichtigste, weil wenn ich jetzt ein Frontend-Entwickler bin, dann heißt es ja nicht, dass ich mit allen Frameworks gleich gut umgehen kann, sondern ich fühle mich mit manchen Frameworks wohler. Und da ist es natürlich gerade, wenn man als Freelancer arbeitet, wichtig, dass man in einem Framework mindestens besonders gut ist und in dem Framework dann auch sehr schnell auch ein Onboarding haben kann, wenn man in eine neue Firma reingeht, um dort an einem Projekt zu arbeiten. Jetzt sehen wir auch schon die Projekte, in denen er gearbeitet hat und auch direkt ist natürlich wichtig, mit welchen Technologien man das umgesetzt hat. Hier hat er zum Beispiel ein Chess-Game gebaut und da ist natürlich interessant, dass er das mit Python gemacht hat. Können wir mal draufklicken, da sehen wir natürlich auch wieder ein GitHub-Link, das ist besonders gut, dann kann man direkt seinen Code auch anschauen und so sehen, wie er das Ganze umgesetzt hat. Sowas ist immer ganz wichtig. Ich glaube, das ganze Theme hier, das kommt mir relativ bekannt vor und ja, das sehen wir auch schon, dass er das Inspired by und das habe ich nämlich schon mal irgendwo gesehen. Das hat er halt wahrscheinlich gefragt und so angepasst, wie er das will, vielleicht noch die Farbe geändert, wenn der Screenshot jetzt aktuell ist und das Logo und so weiter. Das finde ich ganz gut. Gut, wenn man sowas macht, dann ist es auch einfach gute Manier unten mit anzugeben, so wie er das hier gemacht hat, wo er vielleicht diesen Code her hat und den er da noch angepasst hat. Die nächste Seite ist von Michael und was mir hier direkt auffällt, ist, dass er natürlich erstmal alle Informationen auf eine Seite gepackt hat, was prinzipiell mal nicht schlecht ist. Aber mit dem Hintergrundbild ist es ein bisschen schlecht zu lesen und es sieht ein bisschen unübersichtlich aus. Da würde ich vielleicht irgendwie so vielleicht ein Gradient oder irgendwas anderes oder irgendwas mit weniger Details im Hintergrund, weil dieses Holz und so weiter mit diesen Kabeln und so, das macht das nicht ganz so gut leserlich. Inhaltlich gefällt mir die Seite wirklich gut, denn er hat sich wirklich nur auf die Sachen fokussiert, die jetzt in dem Fall gerade als Portfolio relevant sind. Und das sind natürlich seine Frameworks und Tools, mit denen er sich so auskennt und vielleicht auch noch die Qualifikationen. Die nächste Seite ist von Steven und wie wir hier unten schon sehen, angehender Softwareentwickler. Gehe ich mal davon aus, dass er noch relativ jung ist, auch auf dem Foto sieht er noch ein bisschen jünger aus. Aber was mir schon mal ganz gut gefällt, ist, dass natürlich einfach mal ein Foto da ist. Gerade wenn man es ein bisschen professioneller machen will, dann kann man natürlich sagen, ich mache jetzt ein Foto, das mich auch von vorne zeigt. Aber das ist einfach nur Geschmackssache, also das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Aber man wird nicht mit zu vielen Informationen erschlagen, man hat hier unten ein paar Links. Hier ein kurzer Text über sich selbst, sowas habe ich bei mir natürlich auch auf der Webseite. Das gibt nochmal so eine persönliche Note. Und hier auch ganz gut aufgeteilt, Schullaufbahn einmal links und dann auf der rechten Seite haben wir hier seine Erfahrung, mit was er sich so schon beschäftigt hat. Und hier seine Partner, ich denke mal hier bei Zapp Hosting, da wird er wahrscheinlich seine Webseite gehostet haben. Da, wenn jetzt hier irgendwas nicht verfügbar ist, dann würde ich die Zelle einfach wegmachen, weil das sieht ja so ein bisschen unfertig aus. Mich würde natürlich interessieren, ob du das Theme komplett selbst gebaut hast, weil ich finde es hier oben mit diesem Umschaltregler eigentlich ganz cool mit hell und dunkel. Also die ganze Seite färbt sich ein. Und hier auch diese Accent Colors. Da muss man unten in die Kommentare reinschreiben, wie du das genau umgesetzt hast, weil sowas gefällt mir eigentlich ganz gut. Die nächste Seite ist von Felix, hier haben wir wieder eine Single-Page-Seite. Und auch wieder komplett alles auf Englisch, die About-Me-Beschreibung. Ihr seht ja schon, dass es so ein bisschen alles so einer groben Struktur folgt, dass die meisten Seiten immer mit so einer About-Page anfangen. Vielleicht irgendwelche Zertifikate. Und dann geht es halt auch schon direkt in die Arbeitserfahrung oder zumindest die Erfahrung mit den Frameworks, mit denen man sich so auskennt. Die Skills würde ich wahrscheinlich ein bisschen anders auflisten. Also nicht, dass man diese, ich weiß gar nicht mehr, was heißt diese Textboxen. Ich glaube, die haben auch so einen Namen, dass besonders wichtige Wörter oder die mit der höheren Gewichtung auch ein bisschen größer dargestellt werden. Ich finde sowas immer ein bisschen, also ich persönlich finde sowas immer ein bisschen weniger gut leserlich. Deshalb würde ich da wahrscheinlich einfach eine Liste machen und die wichtigen Sachen einfach oben und die unwichtigeren Sachen oder mit denen ich mich nicht ganz so gut auskenne, dann eher unten auflisten. Das Ganze ist wahrscheinlich auch eine statische Webseite, so wie meine eigene. Und die Vorteile dabei sind, dass sie erstmal relativ einfach zu managen sind, weil man halt keine Datenbank und so weiter hat und gleichzeitig auch relativ schnell sind, weil man halt alle Daten sofort da hat und muss nicht noch irgendwelche Datenbank Zugriffe machen. Die nächste Seite ist von Johannes aka Unleashed Design. Das ist auch ein YouTuber, der macht richtig, also wirklich richtig gute Videos über Frontendentwicklung. Deshalb gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass du Johannes, dass du hier alles komplett selbst entwickelt hast. Und das Ganze ist natürlich genau die Designsprache, die du auch bei deinen Videos benutzt. Das finde ich natürlich sehr gut, dass du da so eine Konsequenz hast, dass das alles einheitlich ist. Ich habe mir deine Seite natürlich schon davor schon ein paar Mal angeschaut und das gefällt mir wirklich sehr gut, dass du hier an der Seite hast halt natürlich diese Vorstellung, was du machst und die Social Links und so weiter. Und rechts, das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, dass du da so eine Art Feed hast, dass du hier deine ganzen Gitterprojekte hast und dann geht es halt hier unten schon weiter, wo auch deine YouTube-Videos verlinkt sind in der Reihenfolge. Wahrscheinlich hast du das auch irgendwie automatisiert, dass wenn du ein neues Video erstellt hast, dass du das nicht manuell einpflegen musst, das ist natürlich super. Und hier auch noch direkt deine Skills und so weiter. Das finde ich zum Beispiel gut, weil er hat relativ viele Skills, weil er wahrscheinlich auch sehr erfahren ist. Und wenn er jetzt alle hier auf einmal anzeigt, das ist vielleicht ein bisschen überwältigend für viele Leute. Deshalb finde ich es ganz gut, dass er sich jetzt erstmal auf die wichtigsten sechs beschränkt hat. Und wenn man wirklich alles sehen will, dann kann man sich die hier noch einblenden lassen. Also Johannes, das ist eine richtig geile Webseite und vielleicht sollten wir uns mal gemeinsam hinsetzen und meine eigene Webseite überarbeiten. Die nächste Seite ist von Berke und was mir hier ganz gut gefällt, ist, dass er den Text ja so animiert hat, also seine Fähigkeiten. Also er ist nicht nur UI-Designer, sondern auch App-Entwickler. Ich glaube, wir können mal hingehen und die Seite nochmal neu starten. Dann können wir nochmal die Animation sehen. Er ist Web-Entwickler, App-Entwickler und UI-Designer. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag von mir wäre, dass man dieses UI-Designer vielleicht auch in die dritte Zeile reinschiebt, so wie du das bei Web-Entwickler und App-Entwickler gemacht hast. Dann springt der Text nicht so hin und her. Berke hat ja auch eine Single-Page und zwar haben wir hier oben wieder diese Reiter und damit können wir dann hier einfach navigieren. Das ist auch ganz gut, dass das sticky ist, weil manche Leute machen das, dass wenn man dann scrollt, dass das nicht oben hängen bleibt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei meiner Website ist. Ich hoffe auch sticky, aber muss ich gleich mal nachschauen. Aber hier auch wirklich ganz übersichtlich. Was mir gut gefällt, ist, dass das erstmal minimalistisch ist. Wir haben hier erstmal alles weiß und hat hier diese Pastellfarben. Das ist nicht so aggressiv fürs Auge und ganz gut aufgeschlüsselt. Natürlich wieder über mich, also die About-Page. Dann Services, ist wahrscheinlich genau, was er so anbietet. Mobile-Entwicklung und UI-Design und so weiter. Dann Projekte und dann kann man mich noch kontaktieren. Jetzt haben wir hier mal was anderes und zwar kein Portfolio, sondern hat jemand eine App entwickelt und dafür einfach eine Landing-Page gebaut. Ich gehe mal davon aus, ich habe die App jetzt nicht ausprobiert, Financial, dass die wahrscheinlich das gleiche Farbschema verfolgt. Aber was mir hier halt auffällt, ist, dass man hier oben dieses Home und dieses Datenschutz relativ schlecht lesen kann. Also dieses Dunkelgrau auf diesem Giftgrün. Da kann man vielleicht irgendwie andere Farben benutzen oder vielleicht irgendwie ein Gradient oder irgendwas anderes, damit man das einfach ein bisschen besser lesen kann. Aber die wichtigsten Sachen sind dabei, dass man halt einfach mal dieses App-Logo mit drin hat. Und dann noch einen Link, der direkt in den App-Sort reinführt. Die nächste Seite ist von Michael und was mir hier ganz gut gefällt, ist, dass wenn man die Seite zum ersten Mal aufmacht, dass der Name hier ausgeschrieben wird. Und die wichtigsten Informationen einfach mal genau in der Mitte dastehen. Also man wird nicht von Informationen direkt überrollt. Was mir hier allerdings direkt auffällt, ist deine Domain. Und zwar benutzt du hier wahrscheinlich von deinem Web-Poster einfach so eine Sub-Domain. Und da würde ich dir einfach empfehlen, kauf dir deine eigene Domain. Die kostet nicht viel. Ich glaube, meine eigene k-chromic.com, da zahle ich vielleicht 20 Euro im Jahr. Also die Domains sind wirklich ganz günstig. Da würde ich mir einfach eine kaufen, weil das macht das Ganze nochmal ein bisschen professioneller. Hier haben wir wieder eine Landingpage für eine App. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Möglichkeit, die App vorzustellen, indem man einfach Screenshots reinsetzt, damit man ungefähr weiß, wie die App dann aussieht. Statt des Logos oder vielleicht am besten beides. Was mir hier oben aber auffällt, dass man hier so einen Sign-in-Button hat. Ich weiß nicht, ob man sich bei eurer App irgendwie registrieren kann und damit man sich hier irgendwie noch anmelden kann. Falls das nicht so ist, falls es einfach nur für euch ist, damit ihr irgendwie die Webseite managen könnt, dann würde ich den Button vielleicht irgendwie verschlecken und irgendwie versuchen, dass so ein Ding zu machen, dass man hier irgendwie sowas hat wie Slash Admin. Gut, das gibt es jetzt hier wahrscheinlich nicht. Dass man damit sich dann einloggen kann für eure administrativen Aufgaben, damit es hier für den Kunden, der auf deine Webseite geht und die App sich vielleicht runterladen will, dass er diesen Sign-up-Button nicht sieht. Aber wenn der Kunde sich da einloggen kann, dann nehme ich jetzt alles wieder zurück. Als nächstes haben wir die Webseite von Marcel Wagner. Er ist Web-Entwickler, Full-Stack-Dev und hier hat er noch diese Animation reingemacht, wo diese ganzen, also ein bisschen auch Steroiden, das, was ich da vorhin gesagt habe, mit dieser Textbox, wo vielleicht die wichtigsten Sachen irgendwie aufgelistet werden. Nur hier schwirren die so rum. Ist vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, wie das auf Mobile aussieht, aber ist vielleicht ein bisschen schwer zu lesen, wenn man da irgendwie eine Übersicht versucht zu bekommen. Das würde ich persönlich einfach statisch machen. Hier unten haben wir die Projekte und was mir hier direkt auffällt, ist, dass man hier so einen Glow-Effekt hat. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Und bei den Projekten, das hast du auch gut gemacht, das gefällt mir ganz gut, dass du halt immer dazu geschrieben hast, mit welchen Frameworks du gearbeitet hast. Die letzte Seite für heute ist die von Noelle und was mir hier direkt auffällt, ist diese lustige Animation mit diesem High-Eimer-Software-Engineer. Aber hier habe ich einen Verbesserungsvorschlag. Ich würde das jetzt nicht einfach in einer endlosen Loop laufen lassen, weil das einfach ein bisschen zu anstrengend ist, wahrscheinlich. Also für mich zumindest. Da würde ich vielleicht machen, dass es einfach einmal reinanimiert und dann so stehen bleibt. Also das ist einfach nur aus einer kleinen UX-Perspektive. Ansonsten haben wir hier wahrscheinlich wieder eine Single-Page. Genau hier springt man dann einfach nach oben, nach unten. Da bei diesen Kacheln, die würde ich nicht weiß lassen. Und erst wenn man drüber hobert, dass die dann auf einmal auftauchen, die würde ich vielleicht einfach, keine Ahnung, einfach komplett so anzeigen. Und vielleicht irgendwie die, die nicht aktiv sind, dass die vielleicht so ein bisschen ausgegraut sind. Und wenn man dann drüber geht, dass die dann so ein bisschen hervorheben oder dass die vielleicht einfach so ein bisschen größer werden. Da würde ich das machen, weil jetzt, wenn man einfach nur sich die Webseite so anschaut, dann sieht es ja einfach ein bisschen leer aus. Und dazu kommt noch mit diesem 1, 2, 3, diese Zahlen da hinten, die würde ich wahrscheinlich auch weglassen. Denn das macht es einfach hier ein bisschen schwerer, den Text hier zu lesen. Aber ansonsten, die Farben gefallen mir ganz gut. Hier haben wir wieder diesen About-Text. Alles auf Englisch gefällt mir gut. Und unten so eine kleine Contact-Form. Links zu LinkedIn. Und das kann man da oben reinschauen. Links zu LinkedIn und GitHub sind auch mit dabei. Also ich fand aber jetzt ein paar richtig geile Seiten mit dabei. Ich weiß nicht, was ihr sagt. Ich persönlich muss meine Webseite jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen überarbeiten, wenn ich sehe, was die anderen Leute so gemacht haben. Einfach damit die vielleicht noch mal ein bisschen cooler aussieht. Vielleicht die eine oder andere Animation mit einbauen. Also falls ihr mir da irgendwelche Tipps geben könnt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Falls ihr vielleicht auch mal in dem nächsten Video eure Webseite oder euer Projekt, ihr könnt ja auch einfach eine App oder sowas haben oder ein Spiel, das ihr gebaut habt. Wenn ihr das mal irgendwie vorgestellt haben wollt, dann auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Und da habe ich natürlich wieder Links zu Discord. Denn alle Webseiten, die heute vorgestellt wurden, sind alles Leute aus der Community, die auf dem Discord-Server unterwegs ist. Also falls ihr dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link ab. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kevin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.